Willkommen zurück zu Letzter Landverter Simulat 2020. Wie ihr seht, Harschmidt haben wir jetzt ein was anderes Wasserpass besorgt. Das hat eigentlich wunderbar geklappt. Du brauchst eigentlich heute andere zu verkaufen. Dann hat es doch schon geklappt. So, das ist erledigt. Ich nehme schon noch mehr Wasser. Irgendwie hat er gerade nichts gebracht. Kommt doch noch. So tief. Willst du? Wie sieht, ob da jetzt zeigt er jetzt... Wie zeigt er jetzt... Wie zeigt er jetzt nicht das Wasser an? Steht's gut? Wie zeigt er jetzt noch? Wie zeigt er jetzt noch? Was macht da oben entscheidungsweit? Na ja, okay. Wir werden das Wasserpass jetzt hier stehen lassen und zurückfahren. Weil wir können jetzt beginnen mit dem Brechen von dem Rats und zur Info. Wir werden es jetzt so machen. Wir werden uns... ...für insgesamt von... ...100... ...ja... 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 ...dann... ...ja... ...ja... ...und jetzt hat das extra Zeichen noch Hazel schon. Ich zeige ihn mir einfach mal. So, das ist ganz einfach. So. Ich muss es gerade natürlich nur suchen. Jetzt hast du nachher computers ja... Wird... ...neetlairme... ...ja... ...dolz... ...rotte Mod... Lass. ... Ich straff dann nicht beim Mods, 270 sailors. So ... ...Taktorens... Wir brauchen 3600 für den Ballenhänger. Dann kommt dazu 84.000 für den Modus-Bandball. Hier haben wir 3600. Plus 900 für den Ballenhänger. Plus dann noch den Modus-Bandball. Und zwar Ballentechnik. Wie wäre es die richtige Ballentechnik? Dann kommen wir mal. 22.000. Plus nochmal 10.000. Das ist aber 120.500 Euro. Davon gehen wir jetzt noch weg. 10.800 für den Ballenhänger und den Sammelwagen. Hier gehen wir jetzt 5400 raus. Dann müssen wir erst... Upsa. Da hab ich verdrückt. 1.800. Ach. Okay dann. Wir müssen am Ende noch mal 510.000 zusammenziehen. Und... Okay. Das da oben hat jetzt auch geändert. Und wir müssen halt jetzt diesen Tag zusammeln. Das finde ich mal... Wollen wir auch mal das jetzt ordentlich hinkriegen. Ich hab die Ballen da oben schon eingesammelt jetzt. Das heißt... Ich starte jetzt den... Bänder? Und werde den... Ach. Den Bänder sag ich nicht. Den Drescher und werde nebenbei oben drubbern und einsäen. So. Das ist also jetzt erst mal selbst ein bisschen drubbern. Damit ich noch ein bisschen Vorsprung habe. Und werde dann den... Ähm. Wo kommt es denn mit? Den Weizen. So. 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 Jetzt werden wir das gleiche Pärchen mit ein... äh... mit starten. Weil ich es vorhin habe. Vorher aber werden wir hier den starten. So. Und dann... Wir haben einen hier oben loslegen mit dem Grubbern. Und dann muss ich da Rasilas ein bisschen im Augen behalten. So. 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 Ich glaub... Wasн das... waar veux ich das?! Hier... Was? Hab ich mal hier.... Was? Weißt du. Schwer er echt weiß gar keine. So. Na wo, äh. Bei probern kann ich mal mit, ja... Es wird schwer werden. Man schaut doch nicht umsehen von sich. Manche Nerven, mit denen nichts zu viel machen kann. Man kommt hier auch schon nicht ohne Sinn. So. Oh, fehlt ein. Boah, muss man auch mal starten? So. Wobei... Ich kann jetzt wieder abwarten. Ansetzen. Großes. Ja. Wo steht denn? Oh, das steht da. Wart mal. So. So. Dann noch mal. Das Spiel hat wie immer. Na ja. Verdrehen. So. So. Das ist schon gut an mit den Maschinen. Alle durchswitchen. So. So. Ab. Und. Ich brauche ja nicht wegzufahren. Ja. Passt das. So. Wunderbar. Hahaha. Zurück. Ah. Das wäre aber so leicht geworden ist. Wie schade. Wenn wir erstmal zwei, drei Stunden vor. Ähm. Vorsprung geben lassen. Dann. Ich muss jetzt die Schlüsse mal wieder abtanken. Ich schaue jetzt nur nach den unten. Ich gehe vorne hoch. Ich bin auch. Ich komme nur mit. Ich komme an und finde ich. Ich bin jetzt mit dem. Ich konnte es sehen. Aber nicht drüber. Ja. Okay. Das ist der jetzt. Oh. 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 Ich hab's. Boah. Ne. 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 Ich muss wechseln. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. So. So. Längchen an. Müssen wir auch schon wieder abtanken. Au. Ja, zu sehen. Jetzt muss ich noch warten, bis du abgetangen wirst. Waaah. Oh, fast nicht. Jetzt müssen wir wieder zusammenfahren. Waaah. Oh, mein Gott, jetzt starr wieder wie eine gesenkte Sau. Okay, also Sonntag. Wie groß ist heute? Der 26. Mai. Gestern haben die Bayern schön gewonnen. Aha. Ja. Freut mich mal wieder. Nächste Woche ist dann jetzt, äh, doch, äh. Da kommt noch ein Spurtklack dran. Da kommt noch gestern, die irgendwann fett wegzukommen. Und, ja. So. So, ihr glaubt noch, weil ich da mitgefiebert habe. Ha. Ich hab hier gesessen und gezellert und ge... Aaaaah. Und gezellert für die... ... ... So, wir werden es kurz schalten, hier. 14%. ... ... ... ... ... ... ... So, was sehe ich hier jetzt? So, kacke. So. Rämpfe da nicht. In der Küche immer mit 2 Kilogramm. Ich rotte mich immer an die 2 Kilogramm rein. Na ja. Steht da, steht da leider ohne Vorsprung. Ich hoffe es mal, zumindest. So. Letzte Woche hatten wir ein bisschen längere Folge gehabt, aber... Na ja. Lohnt schon steht gehen. Können wir jetzt halt noch mal ein bisschen Blöcke treten. Machen wir jetzt hier nochmal 20 Minuten wieder. Jetzt. Und jetzt schließt man auf die Uhr geguckt habe. Und das heißt, ich hab jetzt gleich nichts bezahlt. Ja, paar Bücher haben wir noch. Ich will ja auch dazu selber zitieren, weil den Zort wieder stundenlang zur Pinockel hatten ist. Oh, was ist denn der Kurs? Ja, ich fahre mir hier wieder zusammen mit dem Lombard. So. 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 Ich habe sogar einen Schausfall. Ja, ich bin 85,000, wenn das zu viel ist. Wir haben hier nur noch die kleine und kleine Begriffe... Wir... Von wem eigentlich ist... Wacht, ich brauche den Frontalgal. Ich brauche den Frontalgal. Aha, ich habe noch andere Mods. Wait, Moment. Moment, dann muss ich erst mal überlegen. Ich muss mal überlegen, wie geht das eigentlich? Ich wollte schon vorhaben. Ich wollte überhaupt nicht vorhaben. Muss man auch, wie in meinem einen? Na komm, dann muss ich mich auch wieder neu anfangen. Da hab ich erzählt, dass mein... Und alles weg war. Und ob die Silageballen... So in den Dings reinziehen kann, ohne dass die Silageballen in den Putsch wird auch wo überhaupt angenommen werden. Da muss ich natürlich auch noch mal ausprobieren. Hmhmhmhmhmhmhmhmhm Da ist gar nichts... Moment, ich muss ja mal runter starten. Dann muss ich mir gar nichts nebenbei noch angucken. Gut für mich. Das kommt mir jetzt scheiße, um mich nicht weiter zu gucken. Das muss ich mir gerade anhalten Schade Heißt du das nicht schon vorbei gekommen? Naja, aber das läuft ganz gut Moment Das ist Monaco, da ist eine Überholung, nicht gerade sehr einfach Oh, wir haben schon eine Geldphase sehe ich gerade Ijejeje Wir sind laschen mit So Oh, ich muss das schon nach vorne, komm, los Und starten wir Pass Damit ich unten bleiben, keine Nacht Achja, so Oh ja Ich habe noch nicht gedacht Hier Ich habe natürlich auch nicht geleist, um alles mit Helfern zu machen Und da ich sonst Zu sehr an Geld verliere Wenn ich überhaupt eine Eignung habe Let's prove it Achja, hier Achja, hier Achja, hier Achja, hier Ich bin ein bisschen ein bisschen älter, hier sind nämlich Lachen Und ich werde noch mal ein bisschen abgerät Mal 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 Während wenn ich hier alles praktisch gemacht habe, das heißt, dahin ist die praktisch abgebrecht, hier eingesät und frisch eingesät, damit wir dann hier weiter machen können. So, komm das her. Und meines Erachtens noch einmal abpernzen. Noch zwei mehr ins Korridor. Eieiei. Wenn wir mal hier an die Hälfte reinhauen. Jetzt kommt der Mach aus, wo ist der Hextrex? Oh, das ist, oh. Ja, so. Abtanken, da. Jetzt kommt der Hextrex ist voll. Jetzt kommt der Hextrex ist voll. Okay Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's blend an. Wenn ihr euch gefallen, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin. Wiedersehen.